Der Hund haben wir jetzt. Lena, komm mal zu mir. Wir haben sie sitzen. Jetzt muss ich ja filmen. Jede geschaut. Der Haro hat seinen Hund gehabt. Und der hat aber möglich, dass er nicht bettelt. Er hat es nie gesehen. Gerhard hat die Gefühle. Er lässt den Hund leiden. Er hat seinen Hund an den Orden kopiert. Machen sie heute nichts mehr. In Österreich nicht mehr. Es ist verboten, glaube ich. Das war so ein Schweidelhund, der einen Biss gehabt hat. Wenn er einmal zugebissen hat. Steff oder Bitt? Bitt voll. So ein Schweidelhund, wenn er einen Bissen hat, hat er eine Klemmer drin gehabt. Mit der fahrt er jetzt heim. Er beißt die Knochen durch. Ja, die haben jetzt einmal einen Biss gehabt. So ein Schweidelhund. So ein Schweidelhund. Wir dürfen ja ewig. Was ist denn immer da ist? Das ist ein... Wie heißt er? Lena. Rauf Lena. Hau auf. Ja, später ist es in der Zeit. Das ist die Kulerei. Geht davon lesen? Ja. 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 Ja.